Was denn? Was spielst du in der ersten oder in der zweiten? Nein. Bei der Mediknammung, die Nammungsschule. Ach so? Wie kannst du dich da so auseinander teilen? Einmal spielst du dort und einmal da. Ja, sicher. Wie viele Touren hast du schon geschossen, Miche? Jetzt musst du dich umdrehen. Miche? Huber, trage dich um! Ich? Huber! Wie viele Touren hast du denn schon geschossen? Zwei Einduren durch. Zwei Einduren? Nein. Ich habe noch gar was geschossen. Sicher. Oh ja. Oh, ich habe schon geschossen. Na ja. In den 10 Jahren wirst du schon ein paar geschossen haben.